moin moin zusammen ich war ihr fragt sich warum ich mein kraft zeppelin hier ausgewählt habe es geht um die bremo flugzeuge sagen wir einmal dass die kunden die kotina sind jetzt im shop drinnen und ich habe die dinge angeguckt und ich sage zu meinem mal nur zu sondern die anderen enterprise und ikaga die hatte ich schon ewigkeiten mein hafen gehabt vor der ganze cv work ikaga war auf tür 7 eigentlich relativ nicht schlecht aber es ist die karte hat nachteil gehabt deswegen hatte leider schwäche t flugzeuge ich weiß ob da welche t-level sonst standen welche t-level aber anscheinend nicht mehr da war einheitlich sonst die die kager flugzeuge die waren auf glaube teilweise tier 6 die 7 flieger und ja die gegenstück gegen die zeit wenn die zeit dann hatte vor den cv work t9 flugzeuge gehabt die war relativ kann man ziemlich sehr stark gewesen die zeit dann konnte man unterschiedliche weise spielen komplett auf luftherrschaft oder kann man sagen torpedo oder zwei torpedo staffel und zwei jäger ich habe die zeit dann sehr stark auf luftherrschaft gespielt weil wenn du die luftherrschaft dominierst da hast du in der runde relativ meistens fällen ganz gut gewonnen du konntest mit drei jäger staffeln konntest du die kompletten dd alle offen halten aber nach dem cv work ist es leider nicht mehr möglich aber ich schweife noch ein bisschen ab es geht eigentlich mal um die premium flugzeuge und die container ich finde die container relativ sehr teuer relativ sehr sehr teuer weil sonst lagen die premium container zwischen 2,70 euro und so kann man sagen um die drei euro und für ein container wollen 25 euro verlangen einem jungs hat hier 20 für 20 euro fünf container gekauft und hat zwei premium flugzeuge rausgeholt es relativ jetzt aber ein guter tausch aber es sind noch andere inhaltliche drin gute signale tarn und co alles aber für 20 container 72 euro zu verlangen für 72 euro kann man sich ein von die vier flugzeuge kaufen das ist schon für meinen augen schon relativ teuer sie ist ziemlich sehr sehr teuer trotzdem vieles es ist so meine persönliche meinung ich finde die container relativ sehr sehr teuer deswegen die flugzeuge könnte man sich ein kompletten paket kaufen ich habe alles mal die vier mal zusammen gerechnet komme ich fast auf das gleiche wert wie hier das da unten deswegen meine persönliche meinung wenn ihr flugzeugträger spielen wollt sucht ihr irgendeines von denen hier aus weil okay für es kann so möglich sein fünf container sind gleich alle vier drin aber die wahrscheinlichkeit ist so ein bisschen höher das was hier drin ist aber ich fühle hier meine persönliche meinung keine 20 container kauft für 72 euro für 72 euro kann ich mir einfach in diesen schiffen hier kaufen deswegen es ist so meine persönliche meinung wenn ihr wenn ihr welche container kauft holt ihr für ein container oder für fünf container für 20 euro aber kein container für 72 euro kann man sich hier eins von diesen schiffen kaufen das ist so meine persönliche meinung es ist nicht schlecht was vorgehen weil in diesem container kann hier alles möglich drin sein ja alle signale die neuen signale tarnung und die wahrscheinlichkeit was da drin ist es kann sein dass die 20 container gleich alle vier flugzeugträger drin sind ist es ziemlich sehr hoch die drop chancen ist ziemlich sehr hoch ach das ist schmackbisschen ja jetzt geht's deswegen weil die ansonsten wie gesagt eine korte premium korte nalagen und das meistens fast unter drei euro das sind andere sache drin aber es ist euer persönliche geld aber wie sagt wenn ihr für gespielt und sucht hier eins von denen hier aussucht sagt guck ihr youtube welche Flugzeugträger für eure Meinung relativ gut ist. Ich habe ja die Kraft Zeppelin in zwei Videos, heute ist das andere Video rausgekommen. Die Bombenansicht ist relativ, ja, da muss man relativ sehr nah ran. Weil in meiner persönlichen Meinung, Flugzeugträger auf Tier 10 bereich, wenn du reine Tier 10 Matchup drin bist, ist meine persönliche Meinung, da haben die Flugzeugträger keine Chance bei dir. Da sind die Flaggstandteile doppelt so hoch. Da bist du als CV eigentlich komplett in der Runde nutzlos. Du kannst nur spotten, der Shark meinte ja immer, CV muss spotten und kein Damage fahren. Ich habe es ihm gesagt, ja, das reine Damage, das reine Spotten ist nicht für Team nicht schlecht, aber das reine Scouting kriegst du zu wenig EP dafür. Er meinte, es ist okay, es ist ein Premium-Flugzeug. Ja, das ist richtig, aber das reine Scouting bringt auch nichts, die CVs sind nicht mehr so stark wie vorher mehr. Die sind da, aber auch wieder nicht. Viele meckern über die CVs, was macht die da von Blödsinn? Die CVs wurden überarbeitet, die sind nicht mehr so stark wie vorher. Die können keine Runde mehr, keine Runde mehr Spielentscheid mehr sein mehr. Deswegen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe die CVs so wie vorher waren, richtig gut gefeiert. Ich habe die, die Essek richtig gerne gespielt, auch bei den T9 Träger auch, habe ich so gerne gespielt. Das ist Wahnsinn. Ja, deswegen, ich schweiche mir ein bisschen mit ab. Aber wie gesagt, wenn ihr, holt ihr für einen Coutainer oder, oder, oder für 2,25 Euro, 20 Euro, 25 Cent, holt ihr einen Coutainer, aber wenn ihr einen Coutainer holen wollt, für 20, für 72 Euro, kauft ihr eins von denen hier. Deswegen. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr habt wahrscheinlich einen, aber das ist so, meine persönliche Meinung. Die sind einfach, sag mal, das ist für mich zu teuer. Das geht ja so noch, das sind 5 Euro, gerade so noch. 20 ist auch noch ganz okay, aber für 72 Euro, nee, das ist für mich, mein Schmack, zu teuer. Deswegen. Schreibt eure Meinung dazu, findet die Coutainer angemessen oder ist es für euch zu teuer? Viele von euch sind ja, sind ja noch Schüler, ich bin ja, zu Glück, Arbeiter, ich kann, verdiene mein eigenes Brötchen, kann man sagen, ich bin ja, ich verdiene mein eigenes Geld, kann man sagen. Aber, deswegen, schreibt in den Kommentar, was von ihr von, sind die Coutainer, die Premium Coutainer, zu teuer, angemessen, sonst irgendwas. Schreibt in den Kommentar, wie ihr das so findet, ich will sagen, für mein Geschmack ist das ein bisschen, ein bisschen, ziemlich sehr happig gemacht worden, aber, es ist ein Spiel, was ihr gerne spielt, ihr tut das hier, profitieren und das weiterwickeln, die Programmierer und Co. müssen auch alle bezahlt werden, das ist das Grunde, was wir hier das Geld reinstecken, kriegen das der Firmenunternehmen, auch das Geld und so bezahlen die Leute, auch bei vielen Unternehmen, auch die Leute auch. Schreibt eure Meinung dazu, wie findet ihr die Coutainer, angemessen oder nicht? Schreibt es in den Kommentar, wir sagen, haut rein, bis nächstes Mal, ciao, ciao, ciao. Schreibt es in den Kommentar,